Dann gehts weiter. Kommt da. Oh. Stacey. Them in. Ja, wo ist er? Du kannst dich nicht ewig verstecken, Profit! Mach ich doch gar nicht Okay Diese Waffe ist echt geil Lass den Angriff! Ich sichere dich! Und nein! Come on, zeig dich nochmal an! Bitte, bitte, bitte! Bitte! Okay, danke! Nein! Okay, dann müssen wir die Wurde pauschen Wo ist der? Wo ist der hier irgendwo sein? Okay Okay, noch einer hier? Ja, da Du brauchst einen Arzt Boah, die verzieht aber auch Ordentlich Boah! Jetzt kann ich halt mal zielen, ey Komm So Okay Gut, ich hätte den Modus auch wechseln können Also nicht vollautomatisch Sondern Ähm Semi So Gehen wir mal weiter Was hat er? Aber Moment mal, der Typ da Juhu! Geh da hoch! Junge Joa! Mann! Ich war's noch da drauf gegangen, ey Jetzt weiß ich gar nicht mehr wo ich bin Toll! Na gut Geh egal Gehen wir weiter Ich wollte mir nämlich nochmal diese Volt Waffe da holen Aber Ich finde den Typen net mehr Gehen wir auch hier durch So halt Zeig wo ich bin durch Ja, verstanden! Wir treffen uns am Aufzug des Torms! So Wuuu! Wuuu! So Bam 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 Und Zack Perfekt Ah, da ist sie hier! Oh, ich liebe die Waffe Hallo! Gehen wir mal weiter bevor die Die Wieder Gegner Auf die gegnerische Seite wechseln Boah! Hallo! Gehen wir! Komm los mal! Sobald wir drin sind, stoßen wir zu meinen Leuten! Perfekt! Du hast neuerdings Leute! Du kennst mich! Ich war schon immer ein Teamplayer! Ja! Ich erinnere mich! Ich erinnere mich! Ich erinnere mich! Die meisten sind scho- Blah, bla, bla, bla. Psycho Könnt ihr euch auch hier durchlegen Sel gehört unsere Energie, alles. Kannst du deine Rechnung nicht bezahlen, musst du sie abarbeiten. Was natürlich nicht geht. Toll, was? Es ist ein Teufelskreis, aus dem es keinen drinnen gibt. Man hat keine Wahl. Es sei denn, man kennt. Okay. Hier, ich zeige dir, was Sel getrieben hat, während du geschlafen hast. Vielleicht verstehst du es dann. Willkommen in New York, Version 2 und 9. Was haben sie getan? Die Stadt hat eine Energiesignatur. Warum das? Sel, sie kanalisieren Energie aus Alien-Technologie. Versorgen ihr globales Energienetz über eine einzige Ceph-Maschine in diesem Dom. So einfach kann es nicht sein. Ist es aber, Mann. Keine Energie, kein Sel. Ganz einfach. Nein, der Alpha-Self hat mir eine Vision gezeigt. Das hatten wir alles schon. Es muss irgendeine Verbindung geben. Prophet, die Aliens sind Geschichte. Du hast sie selbst erledigt, bis auf ein paar wenige. Nein, da steckt mehr dahinter. Wir müssen nur etwas finden. Irgendwo hier, eine Spur. Hör zu. Während du irgendeinen Super-Alien gejagt hast, das es nicht mal gibt, hat Sel die Welt unterjocht. Wir brauchen dich im Hier und Jetzt, Boss. Du musst uns helfen, Sel aufzuhalten. Hier läuft mehr als eure Revolution. Ich habe es gesehen. Sel spielt mit Mächten, die sie nicht mal im Ansatz verstehen. Nein, egal was sie tun. Sie werden die Erde damit zerstören. Wir müssen ihnen das Handwerk legen. Genau das müssen wir. Also los jetzt. Also.